Guten Tag, liebe Machtblind, das weiß jeder und jetzt auch Stefan, denn der Moderator und Sänger könnte jetzt einen hohen Preis dafür bezahlen, denn wie scheint wurde der Moderator von seiner 17 Jahre jüngeren Ex-Ehefrau eiskalt ausgenutzt, nun kommt es zur schmutzigen Scheidungsschlacht und Stefan könnte schon bald sein ganzes Geld verlieren. Wie gute Freunde von Stefan berichten, kann es ein millionenschwerer Scheidungsprozess werden, denn wenn Anna ihn ausnehmen will wie eine Weihnachtsgans, kann es ganz schön brenzlig werden, denn die schöne Blondine hat bewiesen, sie weiß, was sie will, Stefan nicht mehr, aber in der Regel bekommt sie das, was sie will und anscheinend will sie 4 Millionen Euro. Stefan sagt, für mich war es ein Schock, ich hab einen Brief bekommen und dort ist zu lesen, ich muss 4 Millionen Euro bezahlen, sie will anscheinend die Scheidung alleine bezahlen. Freunde und Familie sind sich sicher, sie hat ihn eiskalt ausgenutzt, ob er wirklich die 4 Millionen bezahlen muss, steht noch aus, im Moment wird hart verhandelt.